Der Automaten-Hälfte! Ja, der Automaten-Hälfte! Jetzt hab ich schon 2.000 verloren! Ah, das gehört schon! 2.000, aber sei nix! Das ist der super angewiesen Verlust! König als 10er! Das sind die 10er! Ich bin voll tot! Yeah! Zwei Doppelte! Der hat gezählt, oder? Ich glaub, der Automat, der bescheißt! Du bist ja bescheißer, oder? Hab ich früher mal gezählt, oder? Das ist ein Arschgerät, das macht süchtig! Und wie ist der Kopf? Und? Nix, oder? Nix, oder? 1.450 mit 5.000 Erschungfangen! Was ist los jetzt? Ja, wenn er schon mal gekaut hat, oder? Ja, König, Ass! Passt? Ist schon vorbei, oder? Nein, aber du drückst dich falsch! Nein, aber... Das ist schon gut, oder? Das ist schon gut! Risiko! Er ist sowieso... Nein! Mann!